Was geht ab meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Reihe. Ab heute werden 14 Tage lang hier Daily Vlogs folgen. Ich bin ja gerade im Auto in Hannover am Airport, denn für mich beginnt eine neue Reise und zwar eine lange Reise. Ich werde sieben Monate Deutschland verlassen und werde damit starten, dass ich jetzt nach Bali fliege. Für einen Monat mit einer Reisegruppe. Die Reisegruppe werdet ihr in den Vlogs kennenlernen, alles drum und dran. Ich habe wirklich schon immer, wo ich YouTube angefangen habe, einfach wirklich schon immer gerne auch YouTube gemacht. Ich mache gerne YouTube-Videos, die sind halt einfach ein bisschen aufwendiger und alles drum und dran. Und ich habe meine Zeit lang das regelmäßig gemacht und jetzt möchte ich das einfach noch regelmäßiger machen. Für mich beginnt einfach eine lange Reise, auch eine Selbstfindungsphase. Bali bedeutet für mich sehr viel. Ich war letztes Jahr auch schon dort, wo ich letztes Jahr bei Köln 567 ausgestiegen bin. Das hat halt einfach viel mit mir gemacht und jetzt habe ich nochmal die Chance, ein Jahr nach meinem Ausstieg nochmal auf Bali zu sein und vor allem mit besonderen Menschen. Nach diesem Monat Bali geht es dann sechs Monate nach Mallorca und was ich da genau mache, alles drum und dran erfahrt ihr auch hier. Jetzt sind wir erstmal 14 Tage zusammen auf Bali mit einer Reisengruppe und 14 Tage habe ich nochmal verlängert und bin nochmal für mich dann auf Bali. Und wo ich euch hier auf YouTube mitnehme. Ich möchte es so authentisch wie möglich machen. Ich möchte einfach es passieren lassen. Kann auch sein, dass mal einen Tag hat, einfach ein Daily Vlog eher öde ist oder wie auch immer oder nicht viel passiert. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Ich nehme die Situation so, wie die sind. Ich werde euch auch emotional mitnehmen, weil innerlich bei mir geht gerade viel ab. Man kann nie vorher sagen, was auf dieser Reise passiert, aber wir werden es sehen, weil ich euch täglich mitnehme. Ihr könnt so immer mit 18 Uhr deutscher Zeit rechnen, dass die Videos dann online kommen. Jetzt die nächsten 14 Tage, die Daily Vlogs. Jetzt im Flug wird es wahrscheinlich erstmal noch sein, dass ich halt einfach den nächsten Tag es schwierig ist mit Posten, weil aus einem einfachen Grund wir eine Zeitverschiebung haben und ich jetzt natürlich erstmal den Flug mache. Mal gucken, wie ich das dann mache, ob es dann einfach schon morgen dann direkt am Montag einen Daily Vlog gibt. Ansonsten, falls nicht, auf jeden Fall am Dienstag fangen dann täglich die Vlogs an. Ich wollte euch hier mit diesem Video einfach nur informieren, was jetzt in den nächsten sieben Monaten passiert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf dieser Reise begleidet. Auf Social Media, alles drum und dran, werde ich auch die ganzen Sachen begleiten. Es ist auf jeden Fall einiges geplant und ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist, mich supportest, hier gerne auch die Videos, Likes, Kommentare lässt, mich auch abonnierst und aktiviert gerne die Glocke, damit ihr auch einfach kein Video verpasst, wenn ihr Bock drauf habt. Ich mache auch so eine Bali-Playlist. Es wird eine aufregende Reise, aber ich freue mich sehr auf die Reise und ja, ich würde sagen, let's go. Wir starten mit einem Monat Bali, ihr seid mit dabei und ich mache jetzt den Check-In hier in Hannover. Dann geht es nach Zürich, dann Singapur und dann Bali. Also wisst ihr Bescheid, Daily Vlogs werden hier folgen. Ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen und lassen wir die Reise jetzt einfach beginnen. Let's go.